In dem heutigen Update wurde mit dem BF Weville ein neues Auto zum Spiel hinzugefügt. Außerdem gibt es diese Woche doppeltes Geld bei Luftfracht. Dazu passend sind auch Hangars und deren Upgrades im Angebot. Reduziert sind auch der RO-86 Alkanost, der Annihilator Stealth, der Buckingham Valkyrie, der Nagasaki Havoc, der Crotty Visione und der Coil Cyclone. Im Casino gibt es den Enus Paragon R zu gewinnen. Ein bisschen kostenlose Kleidung gibt es auch wieder. Dreifache Belohnung gibt es diese Woche in Luftrennen und Motor Wars. Da man mit einem Hangar in Forza and Kudu hier kein Farnungslevel bekommt, sind wir gnädig und geben dem Update 2 von 5 möglichen nutzlosen Hangars.